Diese zum Kauf angebotene Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Münster-Ninberge. 1981 wurde dieses Vier-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 316 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 131 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 432.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020